Ich bin, äh, schon im Wasser. What? Bist du so lange runtergefallen? Achso, ich glaube, ich hab den Fallschirm gar nicht aufgehört. So, meine lieben Damen und Herren, wir begrüßen euch, das heißt wir, und zwar betrifft das den guten Don Krümel und den guten Digi-Gamer zu einer kleinen Runde, äh, ja, Arma 3 mit der Mod, ähm, jetzt hab ich's grad vergessen, Battle Royale, genau. So, und wir sind grad eben auf ein Flugzeug gesprungen, wir haben uns überlegt, im Flugzeug nicht aufzunehmen, weil's echt brutal laut war. Ich muss sagen, auch schon das runterzählen, hab ich nicht verstanden, nur ich hab zu spät aufgenommen und gesagt, moin moin, hab ich nur gehört. Also so laut war das. Krass, okay. So, wir müssen uns jetzt mal einigen, wo wir, äh, mit unserem Fallschirm landen. Ähm, ich bin schon im Wasser. What? Bist du so lang runtergefallen? Achso, ich glaub, ich hab den Fallschirm gar nicht aufgemacht. Du lebst aber noch, oder? Ich lebe noch, ja. Alter Schwede, saugeil. Ich hab vergessen, den Fallschirm aufzumachen. Wo bist denn du ungefähr, weißt du das? Kannst du dich orientieren? Äh, vor der Insel, ja, ja. Nein, nein, ich kenn mich null aus, aber vor der Insel. Hilf dir das weiter? Nee, nicht wirklich. Ich hab vergessen, den Fallschirm aufzumachen. Kann auch nur mir passieren, ne? Okay, Ditti, wir gucken. Ähm, wo bist denn du ungefähr? Weißt du das? Ne, ich bin noch am Schweben. Ich hab rechtzeitig mal den Fallschirm aufgemacht. Ja, ich hab auch viel zu früh aufgemacht, glaube ich. Guck mal, ich seh auch Fischi, Fischi, Fischi. Ähm, oh, einer ist schon tot. Ich glaub, zwei Stunden. 28 müssen noch. Oh, das ist das Battle Royale, ne? Jeder muss jeden aufregen. Genau, Battle Royale, für alle, die es noch nicht kennen, ist so ein bisschen Hunger Game-mäßig. Das heißt, wenn man tot ist, ist man tot. Also, es ist auch ein Hunger Game wie bei Minecraft, okay. Ja, genau, wenn man tot ist, ist man tot. Äh, alle gegen alle. Und ja, ähm, Ditti, ich weiß nicht, wo du rumsegelst. Ähm. Ich bin ein Boot. Ich bin ein Boot. Wenn wir... Mich erkennt man, ich bin der mit der Schnüffel-Maske. Genau. Da fährt schon ein Boot. Siehst du das Boot, was da unten fährt, Ditti? Nee, ich bin noch ziemlich weit oben. Echt jetzt? Ja. Du kannst, wenn du weh drückst, kannst du schneller sinken, ne? Kann ich auch schneller schwimmen? Nee, ne? Nee, 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 das geht nicht. Don, siehst du bei dir irgendwo ein Boot rumfahren? Huch. Nö, äh, nein. Hm. Ich sehe kein Boot. Ich sehe überhaupt kein Boot, ne? Das war auch jetzt keine Statistik von euch. So, jetzt sehe ich ein Boot. Ja, ich sehe ein Boot. Das Boot... Ja, genau, wenn du da weiter nach links guckst, ja, siehst du vielleicht in so einer kleinen Bucht irgendwas Weißes. Überall weiß hier. Also, wenn du dir Küste quasi nach... in die entgegensetzte Richtung abguckst, ja? Was... was hätte ich denn springen... äh, was hätte ich denn drücken müssen für... Mit Leertaste, mit Leertaste, also hier in dem Spiel... Mit Enter, glaube ich. Und der Enter, ja. Ah, guck mal, da fährt ein weißes Boot los, siehst du das? Ja, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Da, in dieser kleinen Bucht lande ich, da wo der große Stein ist. Ach, du bist das noch. Okay, da oben. Ich bin gerade... ich bin am Landen. Und dort unten gibt's dann Waffen, die kann ich looten und euch umbringen. Genau, irgendwo gibt's Waffen, genau, genau, genau. Wo bist du, Ditschi? Ich dachte, du wärst noch viel weiter oben. Nee, nee. Kann ich auch einen Fisch nehmen und andere schlagen? Nee, das nicht. Wo bist du jetzt genau? Im Wasser. Ich komme nicht hoch. Weiße, wieso komme ich nicht hoch? Ja, Fischi, Fischi, ohne Schildkröte, ich nehme die Schildkröte. Ich habe eine gefährliche Schildkröte. Also, wie gesagt, in dieser Bucht, da wo der Stein ist, da landen wir mal. Bei Ego, man ist in der Ego, das ist... Echt, nur Ego? Ja. Okay, schade. Aber gut. Oh ja, stimmt, nur in der Ego, Ego, hm? Achso, was ich noch vergessen habe zu sagen, hey, es gibt eine Red Zone, das heißt, in dieser Red Zone sollte man sich am besten nicht aufhalten, weil nämlich da Bomben geschmissen werden. Achso, alle sterben, oder was? Das wird willkommen des Wassers sein, ne? Ich glaube, ich habe irgendwas gebrochen, meine, das stimmt ganz schön. Ich bin jetzt auch endlich angekommen. Ich bin jetzt im Wasser, ich bin genau beim Stein gelandet, wo ich hinwollte. Warte, ich komme. Ja, so lange, dass es nicht allemalisch wird. Alles aber könnte schon ganz schön lang hin, ne? Hätte vielleicht noch mal Enter drücken sollen, oder Leertaste. Ja. Ich bin ein Boot, ich bin ein Boot. Ja, eine toll spannende erste Fünf-Minuten-Folge von mir. Ich sehe, da sind, glaube ich, schon die ersten Leichen. Nein. Nein. Ach, ein Stück, Friede. Das habe ich doch, die ersten Leichen. Wie kommen wir denn schnell da ran? Mit Shift, mit Shift, mit Shift. Das ist doch wie bei Daisy, oder nicht? Ah, da. Also Inventar habe ich echt noch nichts drin, außer eine Uhr. Ey, wenn ich noch nichts mal... Ich kann mir vorstellen, ich laufe auf dem Wasser und dann kriege ich schon die erste Kugel, oder so. Wo bin ich denn jetzt gelandet, überhaupt? Ich renne da zur Bucht, wo ich hin sollte, ne? Genau, genau. Da ist auch ein Boot, das ist schon mal geil. Da ist ein Boot. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Don, bist du noch am Wasser? Ja, ja, ich bin nur noch am Wasser. Ich bin eine Wahnsinnigste, weißt du doch. Und du weißt auch nicht, wo du bist, ja? Ich habe keine Ahnung. Da ist eine Insel, da schwimme ich drauf zu und ich bin komplett nass. Gibt es irgendwie was, wie Inventar oder was du mir anzeigst? Äh, auf I, ja. Doch, I? Auch nicht beim Schwimmen, ne? Ne, vielleicht nicht beim Schwimmen, ne? Ne, beim Schwimmen nicht. Äh, mach schon hoch. Meine Hände sind so geschmeidig. Ich schwimme mich schnell voran. Ich stehe hier am Wasser, ja, direkt, ja? Okay. Genau, schießt euch nicht ab, erst wenn ich komm, wo ich euch losgehen kann. Wo bist du? Komm, hier, von Wasserseite jetzt. Oh, na, Wasserseite? Ich fahre mich doch nicht immer, wo ich bin. Oh, mein Spiel ist gerade bis einfach abkacken. Ja, bei mir auch, okay. Also ich habe, es ist gerade eingefreezed, ja? Ja, genau. Aber jetzt ist es wieder da, jetzt ist es wieder da. Jetzt ist es wieder da. Also keine Angst, keine Angst. Uh. Also ich bin an der Kusten. Ich müsste mich echt mal orientieren können, aber ich habe keinen Plan, wo. Hier sind... Wo bist du denn? Ach, da hinten kommst du. Hallo. Der Lenkgang ist aber auch schon ganz schön, ne? Hallo. So, komm, ich habe uns mal das Boot und dann suchen wir mal den Don. Oh, nur 24 Leben. Hm. Also das Spiel hier, ich spielst du viel mit Mausrad und so weiter, ne, Don? Genau. So, ich bin hier drinnen. Los, fahr zu. Ja, warte. Oh, sind es nur noch sechs. Achso, sechs Tote. Ne Möwe. Du kannst doch nicht mal im... Oh, ist das Boot laut, ey. Warte mal, ich muss gerade mal konfigurieren. Aber ich muss gar nicht sagen, das ist genau wie beim Flugzeug. Ich habe das echt schon auf sehr... Ich habe Sound ausgemacht, nachhinein und alles runter, ne? Ja, du musst Effekte... Effekte, wenn du Effekte runter machst... Ja, Effekte war die Elfte. Was wird denn immer für Schweine laut? Das kann doch nicht sein. Doch, Effekte habe ich sehr, sehr wenig noch am Balken. Ja, Don, wo bist du? Oh, guck mal, wir nehmen das Boot, oder? Oh. Ich bin gleich an der Küste. Warte, ich muss mal ein bisschen leiser stellen. Obwohl, ich glaube, wir bleiben hier bei dem Boot. Ich habe ja nicht gelenkt, ich habe auch nichts aufgemacht. Ich bin einfach nur runtergefallen. Also, von daher... Achso, geil, ey, Don. Ja. Wie ein Stein. Ich würde ja gerne mal die Kamera wechseln. Du weißt doch, ich bin ein Stein, ich bin ein Stein. Oh, ich höre ein Boot. Weißt du das? Ja, du hast ein Boot. Ich dachte, wir wollten das Boot mitnehmen. Ne, wir nehmen... Ich will bleiben doch hier, lieb. In dem hier. Das ist nicht so auffällig. Äh, war da Munition drin oder Waffen? Achso. Schlauchboot, seid ihr das nicht? Ja, doch, 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 wir sind mit einem Schlauchboot. Ja, wo bist du? Ja, 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 das ist ja gut. Äh, du fährst jetzt hier zurück. Äh, du rennig mal nach rechts. Nach rechts? Auf die offene See. Okay. Siehst du uns, oder? Ja, 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 ja. So, gut? Na, Moment, ich muss die Welle abwarten. Ich kann hier nicht alles... Nein, viel zu weit. Schick, 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 wir nach... Korrigieren noch in die andere Richtung. Nach links, oder? Nach links, ja, wir nach links. Okay, 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 warte. Kriegen wir hin. Ja, besser, besser, gut, gut. Aber wir fahren dich nicht. Ja, weiter, weiter. Du musst dann schon früh genug sagen, stopp. Ja, ich seh ihn. Ja, ich seh ihn auch, ja. Bier, Platz. Ey, ich soll ich fahren. Kann ich da einsteigen? Ja, mit Mausrad, wenn du näher dran bist. Oh, scheiße, bin ich auch ausgestiegen. Ach, äh, als, äh, Passagier, als Fahrer, ne, als... Ja, als Passagier. Als Passagier. Und dann muss ich noch mal drücken, oder was? Ah, aber Moment, ich muss erst mal kurz, äh, Musik lauter, äh, lauter, lauter, sag ich schon. Effekte, sagst du? Ja, genau. Hab ich auch schon alles leiser gemacht. Ich muss euch gerade mal hinterher schwimmen, weil ich abgestiegen bin und das Boot schwimmt gerade weg. Ach so, das ist auch blöd, ne? Ich schwimme gerade weg. Ich will, ich will nichts sagen, aber, äh, Digi, du siehst schon. Aua. Heiß aus, du alt. So. Okay. Jetzt mal wieder Richtung Land. Oh. Kann sich mal gucken, ob jemand sich... Du hast eine Kanone zwischen deinen Beinen. Siehst du das? Kann mal gucken, ob sich jemand orientieren kann. Oh, ich muss das noch weiter, noch, noch leiser machen. Ist krass, ne? Ist so richtig krass laut, ne? Ich werde das auch nochmal ein Tick leiser machen. Ich hab auch fast ganz ausgemacht, alles safe. Alles klar. Jetzt ist es angenehm. Okay, äh, kann mal jemand gucken, ob mal, ob der, ob man sich hier orientieren kann? Mit M habt ihr eine Map, ne? Huch, nein. Fahr mal weiter rechts. Fahr, äh, nicht, dass wir das Boot verpassen. Mit M haben wir eine Map? Genau. Ja, weil die Munitions, äh, da ist das Polizeiboot, glaube ich, irgendwo. Nicht so schnell, ne? Also, du siehst nichts, gell, wenn du hier als Fahrer bist. Ich seh... Der direkt vor uns, direkt vor uns ist das. Ja, ja, können wir, aber ich find, ich find, hier ist immer ein bisschen, äh, äh, getarnter. Ach, wat. Wir on the police. Kann ich da einfach überschwimmen jetzt? Kann ich aussteigen? Ja, du kannst aussteigen, ja. Ach, mit Mausrat, ne? So, kann ich da jetzt einfach entscheiden, mit Mausrat, ob ich da einsteigen will? Ich kann nur hier eine Steuerung vielleicht. Als Passagier, na ja. Aber sonst nicht, nur als Passagier, ne? Hat gar keine Waffe oder so, ne? Da bist du mit dem anderen wirklich getarnter, ne? Luke. Ja, ja. So, dann häng ich mich wieder an den anderen geilen Außen-Bananas-Blitz hier. Allgemein. Standortaktion, Schützenbefehl, nach vorne. Wo sind wir eigentlich, wenn ich M drück? Ach, das wissen wir nicht, ne? Ja, das ist ja das Problem. Wo sind wir? Richtige R, rechts und M. Was sind acht Minuten, was? Blutzirkel? Was ist da? Ah, guck mal, wir können, wenn ihr rechtes STGR und M drückt, dann sehen wir einen Kompass. Ah, haben wir ein GPS-Signal, wo wir auf der Map sind. Recht, was? Rechtes STGR? Rechtes STGR und dann die M. Oh. Oh. Warte, warte, warte. Ah. Hey, ey, ey. Nimm mich nicht hier mit. Du Sau, du Kameradenschwein. So, jetzt. Okay, ähm. Mal gucken, ob ich jetzt weiß, wo wir sind. Wir sind, wir sind wo? Die Frage, ob das GPS auch andere sehen. Nein, nein, das sehen nicht andere. Warum sind wir auf der Map drauf, oder was? Ne. Nö. Okay, ähm, wir sind bei 124, 232. Siehst du das bei, bei Ditschi? Da hat der den Finger zugekrümmt, als würde er uns zeigen. Da ist ne Öse, da ist ne Öse. Guck mal, da ist ne Öse. Da sieht so geil aus mit dem Finger. Da musst du den Schlauch durchziehen. Da, da, da. 124, 232, hatte ich gesagt, ja? 124, 232, ja, wo ist das? Ach, da sind wir okay, alles klar. Wir sind bei, bei, auf der Map bei Tonusbucht. Wo ist denn das schon wieder? Tonusbucht? Ja, wenn du, wenn du so weit genug ranzoomst, hast du oben die 100er und links die 200er stehen. Und da 123, 100, 232 anvisieren. 123? Tonusbucht, ach, dort oben. Alter Scheiß. Wir fahren jetzt einfach ein bisschen weiter in die Tonusbucht rein und da sind nämlich Häuser. Und dann gucken wir da mal, ob wir da was finden. Ja, 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 mach, du machst das schon. Ich bin einfach hier der Klapper. Ah, Hilfe! Oh mein Gott, du sollst dich doch nicht an dem Schiff aufrauben. Alles safe, alles safe. Geil Schiff, hm? Boah, das schöne Gummiboot hier, ey. Na, auf unseren Knall, grauem Gummiboot, der grauem Gummiboot, fahr mir allein. Ja, ich kann auch mal ein Stöpsel ziehen, ne? Ne, lass, 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 lass den mal, lass den mal drin. Sind wir ein Tick schneller. Sind wir ein Tick schneller? Nach unten. Sind wir noch getarnter. Ja, noch getarnter als wir jetzt gestimmen. Sind wir dann ein U-Boot? Wer macht dann die Klappgeräusche? Ein U-Schlauchboot. Das ist schön, das ist toll. Ich kann aber auch nicht ranzoomen und nix, ne? Doch, rechte Maustaste gedrückt halten. Ne, jetzt ist nicht ein Boot. Ne, Boot geht nicht. Nein, ja, du. Ja, du, du bist auch der Fahrer. Du bist ja auch der Fahrer. Äh, Fahrer, bitte in die nächste Bucht. Sind da Rechtshäuser? Seht man das? Aber es gibt, es gibt ja, so wie Essen und sowas gibt es hier nicht, ne? Oder ich hab kalt, oder... Ja, ja, da sind Häuser. Sehr gut. Da können aber auch Spieler sein, ne? Ja, das ist halt die, die Möglichkeit, aber wir müssen jetzt halt mal irgendwo Waffen finden. Das ist ein Regenschirm, wir müssen uns unterstellen, sonst war ich nass. Sollen wir, das soll man dann auf dem, auf dem Wasser bleiben und da weiterfahren oder überland weiterlaufen? Ja, wir sind Wasserpiraten, das passt schon. Okay, alles klar, wir sind Wasserpiraten. Dann lass ich nämlich das Boot nicht auflaufen auf den Sand, dann steigen wir nämlich jetzt hier ab. Ähm, was muss ich denn drücken jetzt? Abspringen. Ähm, Mausrad und dann Abspringen auspringen und dann linke Maustaste. Abspringen. Was? Ich leg mal erstmal in Effekte wieder nach oben. Ne, ich muss nur in der Mitte, in der Mitte drücken. Effekte, warum hast du nicht auf Ultra? Effekte, Lautstärke meine ich. Da rennt einer, aber wer ist das? Ich. Oh. Das sind die Ladyboden. Oh, hier kann ich duschen. Oh. Ach, kann ich hier reingehen und mich duschen, oder was? Ach, das sieht auch weh, geschnürt mich einer. La, la, la. Was? Ach so, das ist ein Umkleider. Ah, guck mal, da habe ich schon die ersten Sachen gefunden, aber... Oh, was ist denn das, ja? Klamotten, ich habe hier Klamotten gefunden. Klamotten, du findest immer nur Klamotten, ne? Ich habe schon mal eine Hemm. Wissen Sie das so, ne, 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 in Kollektion? Ja, aber das ist ein Smiley auf der Kiste, oder? In meinem Tag, was habe ich das alles aufgenommen? Warte, bis der Rest auch noch mit aufgenommen, okay. Ja, gar nicht wahr, das ist doch voll Mühe. So. Also ich habe da jetzt noch was gefunden, aber keine Waffe von irgendwelchen Munitionen. Okay, also weiter, äh, ne, da hinten war noch was, oder? Ich habe hier noch Häuser, da kann man mal hinlaufen. Ey, das nervt mich echt böse, dass hier nur, äh, First Person ist, gell? Ja. Da hätten wir auch, ähm, Hardcore spielen können, oder bei Daisy, ne? Psst. Stripp eigentlich. Au, gestrippt. Oh, mh, hängt in den Zähnen. Oder wir, wir, wir hocken uns einfach irgendwo hin und warten ab, bis sich alle gegenseitig getötet haben. Ja, sind wir die Letzten, oder was? Ja. Was ist denn hier, hier ist ein Rucksack, kann ich den aufnehmen? Angriff, hier ist einer gestorben, oh mein Gott. Was? Wie, wie kann ich denn mein Inventar haben? Mit I sagst du? Ich habe jetzt einen Rucksack, ne? Ja. Wie, bei dir ist einer gestorben, wo siehst du das? Ja, hier ist, hier liegt ein Toter bei mir. Naja. Wo? Bei, 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 bei Brainy, bei Titschi, wollte ich sagen. Titschi, fragt bei Titschi, ist klar. Oh, wer ist denn jetzt ums Haus gerannt? Bist du das gewesen? Ich bin jetzt im Haus drin, ja. Bist du das? Ja, ich bin im Haus drin jetzt, ja. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt einen tollen Rucksack hier, ne? Ja, cool. Ist doch schön. Ja, ne, hier liegt ein Fallschirm. Könnte doch meiner sein. Ja, meinen habe ich ja nicht benutzt, das ist doch meiner. Überflüssig. Sollen wir jetzt die Häuser hier abklappern? Ähm, was war das? Ähm, ja, Häuser, gibt es noch mehr Häuser oder was? Ja, hier hinten, guck mal. Guck mal, sagt er. Ähm, lauf! Hi, walking. Aber, so? Liegt da hinten schon wieder einer? Ja, ja, da hinten liegt schon wieder einer. Ich gehe mal ins nächste, ja? Ja, ich komme mit. Da liegt auch schon wieder einer, oder? Ja. Oder tut er nur so. Oder hat eine schöne Uhr. Kann ich den irgendwie angucken? Ach, mit dem Mausrad. Mit dem Mausrad wieder drücken, ja. Oh ja, hier ist eine Maske. Ne, hier ist ein Hut. Ne, der hat nichts, ne? Links ist seine Begleitung, oder? Ah, links eine Uhr habe ich aber auch schon. Das ist eine Maske und das ist ein Hut. Dann hilf mir doch. Habe ich auch. Hast du schon gemacht? Ja, klaro. Wir entfernen uns immer mehr vom Boot, ne? Ja, ich weiß. Wo hier liegt irgendwas Besonderes? Ich glaube, Arbeitsoverworlds. Braucht ihr welche? Die ist ja noch frisch. Arbeitsoverworlds, okay. Ja, falls du mal schmitzt und die Wasser... Ja, wie viele sie liegen denn da? Zwei. Ja, okay. Hast du schon einen an, oder? Nein, ich habe doch den jetzt schon an, den ich an habe. Achso. Das klingt komisch, wenn ich das so zweifach sage. Habt ihr alle meine Mütze jetzt auf? Was sind die für die K? Ja. Ich gucke gerade mal auf der Map. Ich gucke gerade mal auf der Map. Ich gucke gerade mal auf der Map. Mir zeigt doch gar kein Stufi an, ne? Doch eine Gasmaske, okay. 122, 227, 122, 227. Da sind wir. Wenn wir weiter in Richtung... 121 gehen. Wenn wir heute in Richtung 121 gehen, dann kommen wir auch zu weiteren Häusern. Also, okay. Also, laufe Straße quasi. So auf Straße. Rechtses Haus hatten wir eben schon gehabt, gell? Ja. Ich bin dafür, dass Ditchi uns trägt. Ne, ich habe fast mit dem Rücken völlig gearbeitet. Achso. Ja, du hast gearbeitet, ne? Tada. Ja, hier gibt es gar keine... Ich bin außer Puste und sowas gibt es ja gar nicht, ne? Ne, also ich habe es auch mal gespielt gehabt. Da gab es auch mit Nahrung und so weiter. Aber soll uns nur... Soll uns nur recht sein, ne? Soll uns nur recht sein. Soll uns richtig, soll uns nur recht sein. Was seid ihr? Oho, da war ich überrannt. Hm. Ich dachte... Ich bleibe am Straub... An so einem... Ey, was bin ich denn für ein Elite-Soldat, der an der Tür hängen bleibt, oder was? Guck mal, da hinten ist noch ein Haus. Da rechts weiter. Rechts die kleine Hütte, oder was? Jo. Was? Kleine Hütte? Ich glaube, das ist ein bisschen größer. Ach da, guck mal, das ist schon mit tiefen Hütten, meinst du? Wo ist denn das ein Haus? Rechts das Haus. Du bist außerhalb der Playzone. Bitte was? Warum denn das? Sind wir zu weit hausend, oder was? Müssen wir wieder zurück? Nee. Nicht, dass wir jetzt gleich entfernt werden. Ähm, okay. Also die Nachricht habt ihr auch bekommen, ne? Ja. Müssen wir wieder zurück. Da gibt's einen Hasen. Hier ist ein Hase. Ja. Dann lass mal runter zum Strand gehen, und dann fahren wir, äh, mit dem... Wir sind gar nicht draußen. Krass, ey. Echt mal, wir sind überhaupt nicht draußen. Kann sein, dass wir vielleicht in dem Blauen bleiben müssen. Das kann natürlich sein. In dem Blauen? Lass mal in die Richtung laufen. Oh Gott, da hinten ist ein Spieler. Wo denn? Ach, ihr seid ja vorgelaufen. Ach so, okay. Oh, du hankst es hier. Hinten ist ein Spieler. Ach so, fett hier. Warum lösten wir so langsam? Weiß ich nicht. Äh, bei mir wird's langsam schwummerig. Ja, kann's vielleicht sein, dass... Oh ja. Ach, du eh. Der war ja, weil wir nicht in der Zone sind, oder was? Ach nee. Das war ja ein kurzes Vergnügen dann, hä? Ja, das war eine sehr deutlich kurze Folge. Ja, ich bin doch schon am Moven. Ja, ich auch, aber du wirst getötet. Also, wir müssen uns dann echt Richtung Blau vorkämpfen. Ja, wir müssen in der Blauen Zone bleiben. Ach, Kacke, ey. Ist aber auch weit weg, die Blaue Zone, ne? Ja, 122, 104, ne? Ja, das packen wir nicht mehr, bis wir tot sind. Hab ich aber auch nicht gesehen, ey. Das ist die kleine geworden, oder so? Warum kann ich ja nicht mehr rennen? Ja, weil wir gleich sterben. So, ich würd's auch damit verabschieden, Jungs. Ich will jetzt erst noch gucken, ob wir wirklich schlecht sind. Jo, ich bin tot. Echt jetzt? Jo. Ja. Ist Ditya jetzt hinter mir zusammengekracht? Ach, scheiße. Kann ich dich wenigstens schlagen, oder so? Für diese Unfähigkeit. Aber du bist ganz mit Blut beschmiert, ey. Ja, krass. Ja, du doch auch. Guck dich doch selber mal ins Gesicht. Sag zu mir, ich bin glücklich, ich bin. Ah. Ah. Steht doch hier nicht so rum. Ah. Wie kann ich denn zuschlagen? Sag mal an. Gar nicht. Du brauchst eine Waffe. Kindesig. Oh, jetzt bin ich auch tot. Jetzt bist du tot. Oh, ich bin synchron mit dir gefallen. Das ist doch cool aus. Echt? Ach, schön. So, ich sag... Wunderschön. Ja. Für die erste Folge soll's das dann gewesen sein. Vielleicht werden wir bei den nächsten Aufnahmen ein bisschen länger überleben und ein bisschen mehr Action zeigen können. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.